Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Sommerfußsäcke. Das High-End-Produkt in unserem Sommerfußsack-Test geht an das Kaiser Igloo. Das weiche Kuschelvlies ist besonders kuschelig und perfekt für kalte Wintertage mit niedrigen Temperaturen. Der Kaiserfußsack ist besonders großzügig geschnitten und ist daher komfortabel und lange nutzbar. Eine wärmende Wattierung sorgt dafür, dass es dem Nachwuchs nie kalt wird. Der auf der Rückseite aufgenähte Baumwollstoff soll ein leichtes Verrutschen verhindern. Wind-, Schmutz- und wasserabweisend großzügig geschnitten und lange verwendbar verdeckter Mittelreißverschluss-Gurtschlitze zur Befestigung halten den Fußsack rutschfrei im Kinderwagen. Das Innenmaterial ist aus 100% Lammfell. Das Obermaterial ist ein wasserabweisendes Hightech-Material aus 100% Polyester. Den Fußsack können Sie einfach in der Waschmaschine bis 40 Grad waschen. Bitte nicht im Trockner trocknen, sondern an der Luft trocknen lassen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Altab-Ebe Sommerfußsack. Altab-Ebe Sommerfußsack ist ideal für alle gängigen Sportwagen, Buggies und Jogger. Unser Fußsack bietet sehr gute Qualität zu günstigem Preis. Der Fußsack hält kuschelig warm und ist genau das Richtige für den Übergang und kältere oder windigere Sommertage. Bei Bedarf können Sie bequem das Oberteil abnehmen, dank dem Reißverschluss, um das Baby umzuziehen oder die Überhitzung des Kindes zu verhindern. Er ist leicht und trotzdem kuschelig. Der Fußsack ist universell und lässt sich dank 6-Gurtschlitzen an allen Kinderwägen und Buggies verwenden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Sommerfußsack-Test ist der Altab-Ebe All-2400M. Altab-Ebe Sommerfußsack mit 3D-Abstandsgewebe ist ideal für alle gängigen Sportwagen, Buggies und Jogger. Dank der windabweisenden und schmutzabweisenden Mikrofaser gewährleistet der Fußsack den Komfort und wärmt bei Wind und Wetter während der Übergangszeit. Das Ideale für den Frühling – kein Wärmestau, kein Schwitzen. Die Liegefläche hat eine zusätzliche 3D-Klimaauflage, wodurch Wärme abgeleitet werden kann und somit keine Feuchtigkeit entsteht. Je nach Bedarf kann man das Oberteil komplett abnehmen oder in der Höhe durch Klettverschlüsse verstellen und das Kind muss an wechselhaften warm-frischen Tagen nicht im Sitzsack schwitzen oder frieren. Der Fußsack ist mit einem Anti-Rutsch-System ABS auf der Unterseite für optimalen Halt ausgestattet. Er ist universell und lässt sich dank 6-Gurz-Schlitzen an allen Kinderwägen und Buggies verwenden. 3D-Abstandsgewebe, sehr dünne und dennoch stabile Kunststofffäden tragen das patentierte Textilgewebe. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.